Ähm, und was wir dadurch jetzt natürlich gemacht haben, ist, dass wir... Machen wir jetzt mal die Schatztruhe auf. Ein Rubin wahrscheinlich nur, ne? Ja. Ah, 20. Ach, das ärgert mich, Freunde. Das mit den Rubinen... Hab ich echt ein bisschen bereut. Genau, hier haben wir jetzt einen Rückweg in den Hauptraum, falls wir da irgendwie nochmal zurück wollen oder so ähnlich. Ähm, das ist halt einfach nur, um es dem Spieler einfacher zu machen.